Ach, ich bitte um Verzeihung. Gut, gut, ich nehme deine Entschuldigung hiermit an. Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr Wichtigem beschäftigt. Oh, bitte erspaß mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Sag mal, Mimi, willst du gar nicht wissen, was es gewesen ist? Nein, Anna. Es interessiert mich nicht, womit du und Martin beschäftigt wart. Mimi. Mimi, Martin hat... Martin hat um meine Hand angehalten. Was ist für den Einfassen? Ich habe ihn mit mir. Danke, sat limite. Da wäre minix nicht. Vielen Dank.